So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Plants vs. Zombies in einer neuen Runde und wir haben hier ein paar Zombies stehen ähm und ich möchte dieselbe Konstellation wie letztes Mal eigentlich beibehalten die war eigentlich ganz gut äh, Gravebuster brauchen wir ja nicht ich bin gar ein bisschen verwirrt achso, die brauchen wir die brauchen wir die brauchen wir äh, ja, die sind eigentlich ein bisschen unnötig für das Level ähm, ich überlege gerade damit könnten wir eigentlich schon alles anfangen, ne aber wir nutzen natürlich auch noch ein bisschen mehr ne, das brauchen wir jetzt noch und das brauchen wir noch beziehungsweise, ach, wir haben auch diese zum nächsten naja benutzen wir mal lieber die hm die oder? ja, komm wir versuchen mal wir sind ja am testen plant wir planten so, den Klempitz auch gleich ganz wichtig plupp immer gleich immer die gleich die kleinen Pflanzen da muss man nochmal drauf achten are coming ich weiß ich hab euch gehört ihr seid nicht gerade unauffällig Zombies okay äh, noch einer ich brauch noch 5 5 Sonne komm ich brauch noch einen Pilz oh, ich brauch Pilze äh, direkt hier austauschen die müssen direkt dahinter stehen plopp, Kopf ab und ähm, hier direkt pflanzen wir direkt so die zweite Reihe so ich hätte gerne hier so eine Lampe aber da kann ich jetzt noch nicht because da müsste erst mal ein Nüsschen davor weil sonst wird die ja irgendwann aufgefressen das wäre ja auch doof Braids oh ja oh, du bist sowieso gleich tot jetzt hier hier so ein Nüsschen hinstelle ach, wir haben sowieso noch nicht genug Sonnenlicht dass wir jetzt so verschwenderisch sein könnten deswegen warten wir noch etwas Hypno-Schroom da ist auch noch einer hin, siehste hab ich ganz vergessen komm schon Puppel okay aber ganz knapp, ey so so jetzt müssen wir hier und hier oh, da haben wir da schon ein bisschen mehr ausgeleuchtet sozusagen ähm machen wir mal so das war jetzt die einfachste Methode okay den machen wir hier hin wie weit ist denn das Nüsschen kann das kommt da hin ja theoretisch praktisch auch okay so okay hier müssen noch ein paar Pilze hin und hier müssen noch ein paar Pilze hin ach du äh, ja können wir die einsetzen? ja, müssen wir auch hier in die Mitte und dann haben wir zum Beispiel die Sonnen oh, kann ich sogar bewegen das Fenster ist ja cool ähm, muss ich jetzt mal hier so hier noch eine Walnuss und hier können wir ich meine beide austauschen machen wir beide zu diesen Shootern zum Shooter King ähm so äh so schicken wir den zurück wo er herkam in seine Gosse oh, die laden sich sogar relativ schnell auf ist eigentlich ganz gut das mag mir gefallen äh löchten wir hier auch noch ein bisschen äh äh so so zack tot und haben wir denn jetzt soweit alles? jetzt gehen wir schon in die zweiten rein vorne muss natürlich auch noch überall ein Nüsschen hin ok ich hoffe ich weiß wo er kommt heute nicht heute nicht äh oh, ich hab eine Fahne ich hatte eine Fahne verdammt wo ist mein Kopf hin? so blub blub äh und ähm Walnut so jetzt ist natürlich die Frage können wir dich so zurückschicken? ja, können wir zack und schon ist das Problem erledigt Walnüsschen stehen überall hier können wir noch ein bisschen was davor setzen da können wir überall wo Platz ist setzen wir halt noch einen Shooter hin das war jetzt nicht unbedingt nötig aber naja äh wenn der oben tot ist will ich das Nüsschen mal austauschen genau genau die hebe ich mir auf die Bomben auch und dann sind wir eigentlich ganz gut gewappt und jetzt für die feine Wave gleich passt auch wieder gut mit der Zeit so und dann sind wir für die feine Wave eigentlich gerüstet weil wir haben schon alles ausgebaut jetzt können vielleicht noch äh hier eine zweite Reihe Nüsschen ziehen das können wir noch machen obwohl dann ist auch für die Hypno-Schrumpfs nicht mehr so viel Platz naja naja First World Problems ne wir können von den Shootern äh Quatsch von den Sonnenpilzen hier auch welche abbauen weil wir haben genug naja noch nicht ganz aber gleich so komm schon bubble da Zombie down was da los knapp aber der ist mal mit Nüsschen an hört sich falsch an ich weiß a bit awkward wo 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 da ist er weg und jetzt babbeln wir nur noch da kommt noch ein Nüsschen hin und dann haben wir es gleich komm schon blub oh wir haben ein Stachelkaktus Zombie Miau Kaktus Shoots Spike Dicken Pop Balloons so jetzt haben wir gleich Ballonzombies glaube ich aber das alles ist in der nächsten Folge Sprache kehrt zu mir zurück Sprache kehrt zu mir zurück auch in der nächsten Folge ich hoffe wir sehen uns bis dahin wieder es ist 6 Uhr in der Früh ich darf das bis zum nächsten Mal Tschüss